Das ist Julia und sie hat heute ihren großen Tag. Sie darf Philipp Kohlschreiber vor dem Match auf dem Center Court begleiten. Ich habe das noch nie gemacht und das ist sehr aufregend. Und ich habe das noch nie mit Philipp gemacht und ich bin ein sehr großer Fan von ihm. Ja, also der war total nett. Er stand ja hinter seinem Gegner und dann bin ich zu ihm gegangen und er hat mir auch die Hand gegeben und Hallo gesagt. Es war ziemlich aufregend. Das waren halt diese ganzen Leute und die haben alle zugeguckt und es war ungewohnt, dass alle auf einen gucken.